In diesem Video sehen Sie, wie Sie den EM Client vor Windows installieren und konfigurieren, damit Sie Ihre Nachrichten, Kontakte und Kalendereinträge offline benutzen können. Für diesen Film benutzen wir ein Test-E-Mail-Konto Elias Muster. Elias hat die E-Mail-Adresse e.muster.mosaik-gmbh.org. Also der Server in dem Fall heißt mosaik-gmbh.org. Damit wir das Programm herunterladen können, brauchen wir die Adresse von der Download-Webseite vom Hersteller einzugeben. Also ich gebe diese Adresse in einen Browser, zum Beispiel jetzt hier Chrome. Dann landen wir auf die Webseite von EM Client vor Windows und wir können auf Free Download anklicken. Das Programm wird jetzt heruntergeladen. Wir können das Programm in einen Ordner anzeigen. Da werde ich jetzt hier das Programm installieren. Also das ist jetzt hier das Programm. Mit einem Doppelklick kann ich mit der Installation starten. Die Lizenzbedingungen muss ich akzeptieren und mit der Installation starten. Diese Installation braucht Administratorrechte, wie man dieses Symbol auf der Schaltfläche installieren sieht. Starte mit der Installation. Nach ein paar Sekunden ist die Installation fertig. Das EM Client Programm wird als Standardprogramm hier verwendet. Dann soll automatisch gestartet werden, wenn Windows startet. Und das Programm selber soll am Ende gestartet werden. Also wir können alle Optionen ausgewählt lassen. Und wir klicken auf Fertigstellen. Nach der Installation müssen wir ein Design auswählen. Also ich lasse hier das erste Design, modern. Und weiter. Hier kommt die Frage, ob man die Nachrichten und die Kontakte, also alle Daten, von einem anderen Programm importieren will. Zum Beispiel Microsoft Outlook. Ich kann hier sagen, Import überspringen. Weil wenn ich ein anderes Programm hätte, dann kann ich auch später importieren. Und auf Weiter. Jetzt müssen wir ein Konto einrichten. Und die Frage kommt, wie lautet Ihre E-Mail-Adresse? Elias hat die Adresse e-muster-at-mosaik-gmbh.org Jetzt klicke ich jetzt hier auf Weiter. Die Identität kann nicht auf Root werden. Wir können sagen, hier trotzdem verbinden. Das Kennwort muss man eingeben von Elias. Und auf Weiter. Dann kommt die Frage jetzt hier, ob man diese Authentifizierung benutzen soll. Wir können sagen, ja. Und jetzt kommen die Kontakt-Details. Bei den Kontakt-Details müssen wir zuerst den Namen eingeben. Dann kann ich hier den richtigen Namen eingeben. Elias. Muster. Den Kontonamen kann man eh lassen. E-Muster. Und auf Weiter. Ob ich überhaupt jetzt hier eine Verschlüsselung benutzen will oder nicht. Es gibt eine Möglichkeit hier, eine Art von Verschlüsselung, die heißt BGB-Verschlüsselung. Das ist eine Open-Source-Software zum Verschlüsselung. Dann kann man direkt jetzt hier mit installieren und konfigurieren. Das brauchen wir nicht. Wir können sagen, hier ohne Verschlüsselung fortfahren. Und auf Weiter. Und da steht jetzt hier Fast-Fertig. Und synchronisieren. Und alle Optionen eigentlich passen. Die Nachrichten sollen auch offline verwendet werden. Das heißt immer, wenn eine E-Mail kommt auf mein Konto oder auf das Konto von Elias, dann wird mit meinem PC synchronisiert. Jetzt kann man sagen, hier Fertigstellen. Und somit haben wir jetzt das E-Mail-Konto schon konfiguriert. Unser Konto ist jetzt, unser E-Mail-Konto ist fertig. Und wir sehen jetzt hier alle E-Mails, die gerade Elias hat. Oder bekommen hat. Und einer von denen ist von dieser Firma EM. Und hier steht drinnen, dass man diese Version gratis benutzen kann. Und hier kann man aber nur zwei Konten installieren. Jetzt haben wir nur ein E-Mail-Konto installiert. Wir können nachher ein Kalender-Konto auch installieren. Damit wir die E-Mails und die Kalendereinträge und Kontakte haben. Und somit haben wir die maximale Anzahl von Gratiskonten verbraucht. Wenn man jetzt mehrere Konten installieren will, 6, 7, 10 Konten, dann muss man hier die Pro-Version kaufen. Also jetzt lassen wir hier diese E-Mail und dann kann man später sagen, wir wollen jetzt hier diese Gratislizenz bekommen, damit wir eine Lizenznummer bekommen und unser Programm für immer freischalten. Jetzt läuft das Programm maximal 30 Tage. Also das ist eine Testversion. So, wir gehen jetzt hier auf das Menü oben und wir wollen jetzt ein zweites Konto einfügen. Und zwar ein Konto für meinen Kalender. Ich klicke jetzt hier auf Konto und sehe jetzt, es gibt nur ein E-Mail-Konto. Und ich hätte gerne ein zweites Konto für meinen Kalender. Und jetzt sieht man hier fünf verschiedene Varianten. Die Gratis-Varianten von Google und Yahoo sind da. Da gibt es auch von Apple das iCloud-Konto. Und wir können auch hier die Frux-Konto-Kalender oder CalDAV. Die Kunden bei uns auf unserem Server unterstützen diesen Standard CalDAV. Das ist richtig Standard im Internet. Und alle Standardprogramme, ob es überhaupt Outlook oder auf dem Server, selber Exchange-Server und die anderen, alle unterstützen auch diesen CalDAV. Wir sagen, wir wollen jetzt hier ein Kalenderkonto vom Typ CalDAV hinzufügen. Dann, wir müssen jetzt hier unter Server-Informationen ein paar Informationen über unser Server und unser Konto eingehen. Zuerst die Kontoadresse lautet HTTP, Doppelpunkt, zweimal Backslash, Mavid.at, dann Doppelpunkt, 3200, also 32.000, dann wieder Slash und WebDAV. WebDAV, das ist diese Art von Kommunikation mit dem Kalender, mit dem Server. Unser Benussername lautet emuster at mosaic-gmbh.org und ich gebe das Passwort für dieses Konto und auf Weiter. Jetzt steht jetzt hier Konto-Details. Wir brauchen hier ein Kontoname. Wir können den Namen so lassen, genau wie die E-Mail-Adresse. Sprechen nicht dagegen und auf Weiter und dann steht hier Fast Fertig, also wir sind eigentlich eh fertig und auf Fertigstellen anklicken. Dann haben wir das Konto schon fertig installiert. Und unten, wie man sieht, steht hier, dass das Konto ist von Typ CalDAV oder CardDAV. Das ist einer für die Kontakte und einer für die Kalendereinträge. Und da steht hier beim Senden und Empfangen mit ein Beziehen. Das heißt immer, wenn ich schaue, ob es neue E-Mail gibt oder nicht, dann werden meine Kontakte und meine Termine auch mit synchronisiert. Somit haben wir jetzt hier zwei Konten eingerichtet. Ein E-Mail-Konto und ein Kalender- und Kontakte- und Notizen-Konto. Und bei dieser Gratis-Version kann man sowieso nur zwei Konten einrichten. Somit können wir keine anderen Konten dazu hinzufügen. Wenn wir mehrere Konten haben wollen, dann müssen wir ein Konto kaufen. Diese Pro-Version, was wir hier in der E-Mail bekommen haben. Für die Leute, die ihr Konto bei mir, bei der Firma Mavit kommen, die können mich kontaktieren. Dann können die von mir eine Lizenz bekommen. So, jetzt, wir haben ja gesehen, dass wir während der Installation ein E-Mail von dieser Firma EM bekommen haben. Dass wir entweder die Gratis-Version installieren können und aktivieren können oder die Pro-Version kaufen können. Wir wollen eigentlich nur die Gratis-Version bekommen. Also, wir klicken auf Gratis-Version. Dann landen wir auf die Webseite von der Firma EM-Client. Hier müssen wir den vollen Namen schreiben. Ich gebe jetzt hier den Namen Elias Muster. Die E-Mail-Adresse e.muster.at mosaik.gmbh.org Das Land ist reichbarst und die Nutzungsbedingungen muss man akzeptieren. Und ich kann sagen, gratis Lizenz bekommen. Wenn ich jetzt hier die Anmeldung fertig gemacht habe, dann sehen wir jetzt hier, dass wir ein Lizenznummer oder Aktivierungsschlüssel bekommen haben. Diesen Schlüssel brauchen wir, damit wir unsere Version von EM-Client aktivieren können. So, wir gehen jetzt hier auf unseren E-Mail-Client, EM-Client. Und wir gehen auf das Menü. Und unter Hilfe sehen wir den Punkt Lizenz. Wir klicken drauf und dann steht drauf, diese Lizenz ist eine Demo-Lizenz, also nur für Testezwecke. Und wenn man aktivieren will, dann klickt man jetzt hier und da steht hier, Sie haben noch 29 Tage, also insgesamt 30 Tage zum Benutzen. Und steht hier, wollen Sie die Lizenz aktivieren? Ja, ich will das aktivieren. Und die Lizenznummer haben wir gerade gekriegt. Dann kann man jetzt hier eingehen und auf OK anklicken. Und wir sehen jetzt hier, die Lizenz jetzt wurde aktiviert. Und wir sehen Start, Name, Demo. Wir sehen Elias Muster. Und die Lizenzversion für EM-Gerät und Lizenz-Typ kostenlos. Wir können jetzt hier auf schließen. Somit sind wir 100%ig fertig mit der Installation. So, und wenn wir anklicken unten auf Kalender, wir sehen hier nichts, wenn wir nicht auf das Konto zuerst anklicken. Also das ist hier der Kalender von Elias. Und wir sehen, dass jetzt hier ein Termin hat. Und bei den Kontakten muss man auch immer das richtige Konto auswählen. Und hier gibt es nur einen Kontakt drinnen. Damit man testen kann, ob alles funktioniert, wäre gut, wenn man hier eine Nachricht schreibt. Und wir können Nachricht an uns selber schreiben. Ich kann sagen, jetzt hier ein e-muster-at-musaik-gmbh.org Test für EM-Client. Oder Test für den Client. Und jetzt kann man hier senden. Wir müssen jetzt hier sehr bald diese Nachricht bekommen. Und wir sehen jetzt hier unter alle Posteingänge diese Nachricht von Elias. Somit kann man sagen, die Installation ist komplett fertig. Danke für das Zusehen.